Für uns alle kommt auf dem Leben der Punkt, wo wir Stellung beziehen, wo wir schauen müssen, ob das, was wir tun, wirklich noch das ist, was wir wollen. Wir machen sonst zu lange die Dinge, die für uns gar nicht mehr tragbar sind. Wir funktionieren. Und irgendwann in 2018 kristallisierte sich der Tag heraus, wo wir dies tun durften für unser Leben und zwar für das, was wir unsere Berufung nennen. Und herausgekommen ist dabei unser Manifest. Ein Manifest für das, wofür wir stehen, für das, was wir möchten, für das, was wir Menschen zeigen wollen, dastehen wollen. Und an diesem Manifest möchten wir dich teilhaben lassen, denn wir finden, es ist wichtig, dass du hinschaust. Passt du zu unserem Manifest, denn dann passt du auch in unser College, dann passt du in unsere Schule. Und wenn du dich mit diesen Dingen überhaupt nicht, ja, wenn du mit diesen Dingen gar nicht konform gehen kannst, dann mag vielleicht manchmal ein anderer Lehrer besser geeignet sein für dich. Uns geht es nicht darum, unsere Seminare vollzustopfen mit Schülern, nur um Geld zu verdienen, um jeden Preis. Das ist noch nie unsere Absicht gewesen. Uns geht es darum, hohe Qualität zu bringen und Menschen zu verändern. Aber ich möchte dir einfach vorlesen, was wir in langer gemeinsamer Arbeit hier zusammengetragen haben und unser Manifest für unser Leben und für unser Unternehmen genannt haben. Und nach 20 Jahren Seminararbeit hat sich unsere Arbeit so verändert, dass wir voller Freude eine neue Webpage kreiert haben, die mehr sagt, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir versuchen, ein Netz zu weben aus Herzintelligenz, mit der Intention, jeden Menschen so zu berühren, dass er inspiriert ist, zu lernen und zu leben, um gut und erfolgreich und in Fülle zu leben. Unsere Welt bewegt sich langsam vom Zustand der Trennung in die Entdeckung, was es bedeuten kann, die alten heiligen Verbindungen wieder aufzunehmen, um wieder heil zu werden an Körper, Geist und Seele. Wir suchen die tiefe Verbindung mit uns selbst, mit anderen und der Erde, mit all seinen Lebewesen. Dabei gilt unsere Hingabe in diesem College der geistigen Welt, der Kraft, die uns alle leitet, nährt und führt und der Weitergabe alten Wissens. Wir helfen Menschen, sich selbst zu finden und zu verstehen, um authentisch aus ihrer Mitte heraus dem Leben mit einem Lachen zu begegnen. Wir möchten das Leben feiern und lieben in seiner ganzen Essenz und an einer neuen Erde arbeiten, die uns alle friedvoll und sicher in eine gemeinsame Zukunft trägt für unsere Kinder und Enkelkinder und alle Kinder dieser Welt. Der Himmel ist in uns. Wir müssen ihn nur entdecken. Und wir werden nie mehr getrennt sein von all denen, die wir lieben, egal in welcher Erscheinungsform sie nun wandeln. Der Tod ist für uns nicht existent, wenn unser Bewusstsein erfasst, dass wir alle in erster Konsequenz geistige Wesen sind. Geist und Liebe nehmen wir einst wieder mit, wenn wir den vierdimensionalen Raum verlassen, um uns endlich wieder unlimitiert ausdehnen zu können. Und wir streben gemeinsam mit dir diese Freiheit des Seins an, bereits hier auf der Erde, all das in unser Leben zu integrieren. Eine Freiheit, die all unsere momentanen Vorstellungen springt. Und diesen Weg wollen wir gemeinsam mit dir gehen. Sich immer wieder neu zu erfinden, um die beste Version von uns selbst sein zu können, die uns überhaupt nur möglich ist. Wir haben Großes vor, denn unsere Vision ist es, Menschen zu befreien von der Angst vor dem Leben, der Angst vor dem Sterben, der Angst, authentisch zu sein und die Maske herunterzulassen, der Idee, dass das Leben grausam ist, die Vorstellung, dass nicht genug für alle da ist, und der Angst, nicht gut genug zu sein. Und das ist das, was uns antreibt. Das sind unsere ethischen Grundbekenntnisse, die dazu führen, dass wir uns vollkommen neu erfunden haben und unser spirituelles College neu als Baby in diese Welt geboren haben. Genau darin bilden wir Menschen mit unseren Tools und unserem Wissen aus. Diese Persönlichkeitsveränderungen erfolgen fast immer automatisch, gerade bei medialen Ausbildungen. Und dafür stehen wir ein, mit jeder Faser unseres Herzens. Und viele fleißige Hände arbeiten mit in diesem College, an diesem Traum. Und wir hoffen, dass es täglich mehr werden. Sei auch du dabei, um die liebevolle und angstfreie Welt zu kreieren, die wir alle verdienen. Das wünschen wir uns von Herzen.